Freigeschaltet! Wollen wir hier jetzt irgendwie nichts freikriegen? Weiß ich auch nicht. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt nochmal das Rennen und dieses andere Rennen und dann, wenn wir das nicht hinkriegen, dann starten wir mal in der neuen Klasse und gehen da hin. Okay. Upgrade anzeigen. Wir können noch ein Upgrade mehr Leistung. Und weniger Gewicht. Was tun wir das? Das gibt es 10.000. Gut. Nehmen wir das mit! So. Dann gucken wir mal. Was wir da jetzt erreichen. Mit ein bisschen mehr Leistung und ein bisschen weniger Gewicht. Aber es ist ja trotzdem noch ziemlich nass. Auf der Strecke. Hier. Mhm, 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 mhm. Es ist alle im Regen. Okay. Ja, das ist wirklich schwer. Ja. Wollen wir zu kommen. Wollen wir zu beruhigen. So, wir bleiben hier. So. Wir fahren auch jetzt mal von innen und dann flöpchen wir mal von außen. So. 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 Ob weil vor. So. So. Wenn man ein bisschen mehr redet. Dann geht es halt nichts. Ja. Das ist nur der Platz. hallo und schubsen bedanke das sieht aber auch so schwer hier Entschuldigung Das könnte mal passieren, Entschuldigung, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen eingebufft. 10er, 15er, 15er, 15er. Und das wird wohl schon mal. Ich habe noch einen Platz gut gemacht. Das hat die anderen ein bisschen ausgebremst. Bei uns auch. Die hinter uns wurden ausgebremst, aber wir wurden auch ausgebremst. Mach zu! Ich habe noch ein bisschen ausgebremst. 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 6.5. Oh, ich bin dabei. Nein! So weit? Raus! Bitte, danke! Ich weiß, ich weiß nicht, war so doof, ne? Ja, da war der Wald. Oh, nein! So, ich war schuld, ich war schuld. Ohhhh. Hat das was wird noch? Das kann gewinnen. Ah, so ein Scheiße. Einmal müssen wir noch. Einmal noch. Einmal müssen wir noch versuchen. So viel durchdrehen am Start. Ach man, war doch nicht dicht hier. Ist das dein Ernst hier oder was? Halt mich doch mal. Kann ich auch hier? Das wirft auch. Oh, das ist ein Pachinkriegel. Zu eng ist aber auch nicht. Oh, der macht aber auch zu, der Kerl. Kann nicht zwischenstechen. Alles klar. So. Achter. 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 Oh, erst mal raus. Du bist in der Mitte des Feldes. So kommt in 102. 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hierzu Letzte Runde, kämpf dich nach vorn ZDF, 2020 Nächste Runde schon wieder, ey Dass die auch keine Luft lassen, oder? Ich will dieses Rinder irgendwie mal gewinnen hier auch! Jetzt! Okay? 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 Das ist das, glaube ich! Entschuldigung! Und der andere Auto hatte bei einem Zusammenstoß Plätze eingebüßt! Das ist besser! WUHU! WUHU! WUH! WUH! Wir haben es geschafft! Leute! Wir haben es geschafft! So! Dann gehen wir wieder hier rein! Upgrade! Und dann machen wir noch mal ein bisschen meine Leistung und ein bisschen weniger Gewicht! Und dann machen wir noch mal ein bisschen was! Und dann machen wir noch mal ein bisschen was anderes! Dann machen wir noch mal ein bisschen was anderes! Sehen hier! Mal sehen! Wie das läuft gleich! Wir machen hier auf jeden Fall auch zwei Rennen! Und dann sehen wir wo wir gelandet sind! Was wir noch mal ausprobieren könnten wäre das andere Fahrzeug zu kaufen! Das liegt doch so ein bisschen besser auf der Straße! Oder auf der Strecke! Auf der Straße, Strecke, auf jeden Fall so! Da müssen wir ja gleich auch was probieren, oder? Auf den Schirm! Ja! Das ist ein bisschen ein kurzer Jahr! Ja! 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 Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo nachgucken kann! Ja! 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 Das ist ja auch das alles! Ja! 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 Dann gehen wir auf die Schnelle an. Ich weiß nicht! Ja! Ja! Da wurde ja leicht, die Waage. Hat man Flöck gehört und gesehen. Nach der ersten Runde bist du auf dem dritten. Okay, jetzt war ich reise gefahren. Wir sind wieder dran. Und hinter uns auch. Oh, ein Salud. Okay. Wir sind schon wieder hinter mir. Ist ja nicht, dass die dann Druck aufbauen oder so. Genau. Oh, wir haben es geschafft. Bei der letzten Runde war deine Zeit 1,57,8. Okay, jetzt müssen wir hier auf dem dritten Platz bleiben. Das ist ja sehr toll. Nein, 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 nein. Da wollte ich wieder zu viel. Warum der aber immer so auf außen da ist Blick, keine Ahnung. Ich glaube, der da hinter uns schiebt. Das ist halt das Problem. Könntest du bitte weggehen? Dankeschön. Oder wegfahren. Gehen ist wohl ein bisschen schwer mit Auto, aber weggehen. Ich habe hier die letzte Runde und dann müssen wir die ganze Zeit hier nach vorne bleiben. Und so. Ich habe das gleich beim ersten Mal geschafft. Juhu. So. Okay. Ja. 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 Vielen Dank.